Heute ist Montag, das heißt, es ist wieder einmal höchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet, was ist eigentlich ein Bufdi? Ist es A, ein neuer rechtsdrehender Fruchtjoghurt für Kinder, der garantiert nicht eine einzige Frucht enthält? Oder ist es B, der Name des offiziellen Maskottchens der Bundesagentur für Arbeit und sieht aus wie eine lahme Ente mit Wasserkopf? Oder ist es C, ein Begriff aus der Jugendsprache, der synonym gebraucht wird für jemanden, der in seinem Leben irgendwie nicht so richtig auf die Kette kriegt? Ey, der Typ, der ist voll der Bufdi. Nun, erfahrene Montagsfragenbeantworter wissen natürlich, dass es nichts von alledem ist. Der Bufdi ist vielmehr eine Neuschöpfung aus dem Ministerium für Familie, Jugend, Senioren und Frauen. Und er ist genauso alt wie die kleine Lotte Marie, die Tochter der zuständigen Ministerin Christina Schröder. Das Licht der Welt erblickte der Bufdi also vor vier Tagen am 1. Juli 2011. Er ist der direkte Nachfolger des Zivis und der Bufdi soll all das, was der Zivi in den letzten Jahrzehnten machen musste, ab sofort weitermachen und zwar freiwillig. Der Bufdi, also der Bundesfreiwilligendienstleistende, muss nicht wie sein Vorgänger der Zivi, der Zivildienstleistende, erst einen Dienst verweigern, um dann zu einem Ersatzdienst verpflichtet zu werden, sondern, wie der Name schon sagt, er leistet diesen Dienst aus freien Stücken. Er gehört damit zu der Sorte von Menschen, die es für selbstverständlich erachten, in jungen Jahren einen freiwilligen Beitrag zum sogenannten Gemeinwesen beizusteuern. Frage nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern Frage, was du für den Staat tun kannst. Dieses Zitat von John F. Kennedy ist quasi das Lebensmotto aller Bufdis. Einziges Problem, es gibt nicht genug davon. Auch wenn das Familienministerium behauptet, man würde in einer Flut von Bewerbern ertrinken, so sprechen die Sozialverbände doch eine ganz andere Sprache. Die wissen nämlich ganz genau, dass die Lücke, die der Wegfall des Zivildienstes langfristig reißen wird, nur mit Bufdis kaum zu schließen sein wird. Und an dieser Stelle kommen jetzt die festangestellten Muftis ins traurige Spiel. Die habe ich gefunden in einem Hörerforum von WDR 2, in dem das Phänomen der Bundesfreiwilligkeit sehr engagiert und kontrovers diskutiert wurde. Die Muftis sind die Mitarbeiter unter finanzieller Depression im Sozialwesen. Und der Personalmangel, der bisher von den Zivildienstleistenden ein wenig kaschiert wurde, ist ihr aufreibender Alltag. Physisch und psychisch belastet bis weit über die Schmerzgrenze und dabei so erbärmlich bezahlt, dass es eine Schande ist für einen Staat, der sich Sozialstaat nennt. Ob in der Alten- oder Krankenpflege, ob im Kindergarten oder in der Sozialarbeit. Die Menschen, die hierzulande die soziale Basisarbeit leisten, haben einfach deutlich mehr verdient, als sie verdienen. Und da helfen auch keine noch so engagierten Freiwilligen. Der Notstand im Sozialstaat Deutschland ist längst ausgerufen. Und es wird allerhöchste Zeit, dass dieser Staat angemessen reagiert.